Das war der Führungssamierer von auf der Scheiße. Darf zu schießen. Abendbombe. Ja. Achso, ja. Passt keins auch dabei. Ja, man hat das schlechter nicht. Wegen deinem Bruder. Heißt das wirklich Crystal Lake? Das ist ein Würfel. Cube Lake. Crystal Muff. 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 Arme Na Heu warum kommen keine Zuschauer ich bin so unbeliebt Wartort Achso 30 Minuten äh 3 Stunden er geht nach 2 Stunden aber so lange kannst du ja nicht spielen ich mach mal ein bisschen Unterhaltungsmusik nee nee was anderes n 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 Lass mich nicht alleine, betäubte Gefühle von Kaide, aber es war nur ein One-Night-Dance. Lüstert sie leise, nur wer sie wohl nicht alle kippen. Da warst du noch viel mutig zu matchen. Lass mich nicht alleine, betäubte Gefühle von Kaide, aber es war nur ein One-Night-Dance. Paskal, seit wann hast du Battle Pass? Weil ich nicht Battle Pass schufe, achso! Oh, nur aktiver Match-Pay-Bus. Ja, dann lass, passbereit. Ja, okay, dann mach ich auch mal. Du sagst, du bist kein Groupie und kein Fan. Du willst meine Stimmen nicht mehr haben, aber hörst du mir dann bei KSF. Ich weiß, was mich viele Leute kennen. Alle meine Tausenden, die trennen. Deine Freunden fragen dich nach mir, aber du sagst, siehst du nicht. Hi, Eddie Reus! Jetzt sind wir mich alle drauf. Baby, geh nicht, bitte lass uns nur chillen. Bei mir lass mich nicht alleine, betäubte Gefühle von Kaide, aber einfach nur ein One-Night-Dance. Bitte erzähl mir nix vom Leben. Bleib mal locker klein. Die allerbesten Freunde. Denn die aller schlimmsten Feine. Dann geht's um viele Scheine. Dann wird die ganze Sache schwierig. Alle werden geh. Erzähl mir nix vom Leben. Erzähl mir nix vom, ich bist du zu sein. Du bist ein Geschieb. Erzähl mir nix vom, ich bin nicht, dass du mich liebst. Erzähl mir nix vom, ich bin hoch, wenn ich was. Von der Fernsehfühle, die hat er sich aus, wenn er nicht da ist. Es ist auch so, wie ich da. Aber du, du bist nicht da. Unendet-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance-Dance. Ich glaube, er macht die neue Musik nicht. Ich nehme die waffe, die dort liegt. Oh, geile Pistole Ja, ok, ich habe fast ein Die Kiste, die kann ich nicht mehr wieder, wenn ich weiß, ja Oh, so high How you do, what the fuck Wollt man sagen, schau mal hin Oh, Junge Oh nein, er hat eine Pahle platziert Ja, mit einer Schockgab, Alter Was soll man denn machen? Alter Junge Jede weiß, ich mach keine komische Musik an Das ist ein Livestream Die wollen unterhaltssame Musik anmachen Komm, diese alleine von Capital war doch voll chill, Alter Du magst auch gechallte Musik Sonst mach ich Chinchilla an, wenn du willst Ich weiß nicht, was du gegen die Musik hast Ja, jeder ist, was doch selber gesagt, ich soll die Musik ausmachen, wieso soll ich jetzt ein Lied nach deinem Wunsch machen? Bringt doch nichts Das macht schon wieder keinen Sinn Ich wollte extra für die Zuschauer ein bisschen Musik anmachen, damit das Stream nicht so langweilig ist Und jeder scheißverdammte Streamer hat Musik im Hintergrund Also berühmte Und er lief direkt im Livestream, weil ich die Musik von ihm nicht anmachen will How do you do In einem Livestream Oh my Oh Oh Musik 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 Lass mal hochgehen, da hast du bestimmt noch welche. Das kann ja ganz ehrlich machen, aber die Musik auch langsam lasst mich die Musik auch. Ja, mir hat die Pech gebackt, wäre fast verreckt und hatte kein M. Das wäre die geilste Secondary Mothman. welt haben ich gehe das lege du gehst und das rechte immer ich gehe nicht immer das linke der zwei kisten sind meistens für diese runde mindestens sechs küls eine kiste jaja wenn wir drüber so jaja ja also mit dieser waffe können wir gut küsse machen guck mal um ach am besten ziehe ich jetzt noch mal eine scar die roth und ich verstehe ich war du beschützt mich und ich versuche das ding kaputt zu machen nicht zu 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 Lass mal abwarten, bis die nächste Zone kommt. Ja okay, du schießt die Zone ab, ich zerstöre ihn. Ja, du hast die Insel einfach so Raketen einfach dropped. Warum würde er jetzt tausend Raketen rein? Damit bald ein Rocket Launcher, aber... Das ist ja auch schon egal, oder? So, jetzt... Ja, natürlich kann. Ja, da so instant so Rocket Launcher dropped, ne? Ui! Versteck dich irgendwo, da sind welche in der Luft. Oh, pießt euch. Verpießelt euch. Du hier mit uns so, oder irgendwas. Auf in die Zone. Sie bauen sie erstmal so ne fette Taschenfestung. Ja, wir gehen in die Zone, ne? Wir wollen nicht verrecken. Die Anschein der schon. Vorne gibt's ein Fight, lass mal einmischen, den Rest können wir laufen. Ja, das ist nicht mehr weit, dann bis zur Zone. Auch hier ist es, glaube ich, nur einer. Und da liegt noch ein Vierfallwerfer. Nein, ihr lernt doch nicht direkt dort und seht weiter, dass wir angreifen. Ja, mach! Ja, Mann. Och, geil, Alter. Aber ich hab'n Punkt bekommen. Ach so, wegen's überleben. Wegen's überleben. Ja, hast du vielleicht ein bisschen Schock, äh, Raketen. War das zwei oder einer? What? Als ob ich gedacht, ist nur einer. Ja, ich brauch' kein Jagdgewehr. Ja. Oder war's doch, gibt man ja durch den Karten. Ich meine. Verge ich vielleicht ein bisschen Raketen. Ich hab' noch mal drei Schuss. Ja, okay, dann nehme ich die, äh, die Mini. Ne, ich nehme mal Bandages mit. Falls wir, falls wir lange zur Zunge laufen müssen, dass wir Heilung haben. Ich weiß nicht, wie wir alle einfach mal zu machen müssen. Ich weiß, ob die anderen büschlosen Raketen sind. ja das kann ich mir jetzt habe ich für mich nicht von den schild holen die schilder oder warte die rolle selber den weg kann ich alleine laufen wenn du auch also du hast müsst jetzt zwei punkte haben oder ich auch auch wollen können die jetzt scheiße die Kommission sind welche die Hörner sonst noch da habe ich keinen Bock drauf Schollbau er immer erst mal als letztes Jahr das war ja und man sieht auch noch dass das Konzerte kämpfen warte warte warte, 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 lass mich, lass mich nicht vor meinem Fels rumrennen, das könnte sonst ein Problem werden hab einen warte, tschüss, da ist noch einer hinter mir, Junge, jetzt guck doch mal komm doch nicht zu mir komm doch nicht zu mir Dankeschön genau deswegen auch nicht so, da komm zu mir Junge seht ihr was überhaupt noch da ja du redest, oh mein Gott äh, warum hab ich was im Spinn neu ich hab nur einen Rucksack, warum hab ich einen Rucksack aaaaaaah, ich hab den weißen Hund freigeschaltet ich bin schon mit 59 ne, ich bin jetzt gerade erst geworden wir müssen einen dunklen Skin nehmen, der nicht so auffällig ja, ich hab einen dunklen, es hat einen unauffälligen Skin zwei nur noch einen unauffälligen Rucksack ich auch ich hab einen Punkt, wow ich hab einen Punkt, wow ja, aber hättest du logisch gedacht und wärst nicht zu mir gekommen, weil hätt ich dir mit weil, guck mal wenn du zu mir läufst, merkt er, dass ich da bin, dass ich da bin, dann sollte er merkt er, dass ich dich da heilen will und dann schießt er genau auf dich und wenn du auf dich schießen soll in der Nähe von mir wirst du sterb ich das ist es das deswegen hab ich gesagt nicht zu mir kommen, sonst fliege ich auf aber jetzt weiß das ja du, 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 du ich bin nicht 0 Zuschauer drauf Ja, sie wollen mich schon mal bringen, wir brauchen... Was? Lass mal nach Schiff, da geht keiner hin. Das sind wahrscheinlich aber auch richtig viele Kisten. Daran mal gedacht. Nicht nur an das negative Denken. Ach, brö. Oh, so gut, die ich meine blaue Tactical. Na, guck, was hier für geiler Loot ist. Taschfestung musst du irgendwo hinwerfen, die brauchen wir nicht. Und... Oder warte, gib die mir! Ich hab so ne Challenge, ich hab so ne Challenge, da muss ich die... Matches benutzen, dann braucht dann... Das ist nämlich dann die... das wäre dann die Letzte, dann bekomme ich. Fünf Sterne. Ich bin schon draußen. Lass einfach bei... warte, ich stehe das rechte Haus. Du hast das Beste bei dir sind meistens auch zwei Hölzer bei... äh bei drei Kisten bei mir auch meistens. Ich bin schon. Ich bin schon sicher. Ich bin schon ein Einblick. Ich bin schon der Beste. Ich bin schon ein bisschen bisschen sload. Ich bin schon ein Blumen. Ich bin schon ein Zett und bin schon eine Schl dreadnummer. Oder bin ich doch nicht? Oh! Sure you're fucking... Oh. Yeah, okay. Yeah, chill! Ich kann nicht alles auf einmal tönen! Ey! 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 Oh! 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 Crazy! Ja, chill! Ich will doch nur Kills machen! Ach, das sind noch mehr solche Zombiespacken! Da rennen welche jemanden hinterher! Oh! 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 Genau! Er trifft halt jeden Schuss! Junge, was ist das für eine Verarsche! Digga, das ist der größte Wichser! Er trifft jeden Schuss! Ich... Ich... Ich bin auf sein Headmatter Desert! Die... Aber die Diegel... Nein! Die trifft ja natürlich wieder auch nicht! Aber er trifft mit der... Mit dem Scheiß Stummgewehr alles, was unbetrieben wird... Äh... Präziser hat dieses Scheiß... Diegel ist, alter! Meine Fresse! Nämlich... Geh weg, Pascal! Ich bin alles. Keine fenêtre. Ich bin alles großartiger. Oh! Wir mussten schreven hier, deine Bekämpfler sich für dich. Die Bekämpfler nicht mehr schauen! Ja! Ich bin alles. Wirklich. Wirklich. Ja, hört mal an. Ja, ist Aiyu noch hier? Nee, Alter, du streckst nur das dort. Und zu viel, was du gesagt hast. Naja, aber eine blaue Taktische als erste Waffe ist schon gut. Geht so. Das bin ich. Das war eine Fanate. Nicht wundern. Ich hab drei jetzt jemanden gegeben. Oh, ein Jachtgewehr. Lecker. Leggerli. Oh, Jungen. Nervt mich doch nicht, du scheiß Gammelschwuchtel. Triff halt jeden Schuss, du Wichser, Alter. Ja, Jungen. Meine Fresse, Alter. Es macht... Nee, ich liebe es, Alter. Ich hab echt keinen Bock auf diese Scheiße, ey. Ganz ehrlich. Sie? Die Gegner treffen jeden verfickten einzelnen Schuss, ja? Und was mach ich? Ich treff natürlich gar nicht, obwohl ich aufgehört bin. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Hallo. 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 War keiner geboren auf live streamener, ne? Ähhhh. Äh, ja, ciao, Leute.